Und damit herzlich willkommen zur achten Folge des Homeworld 1, 2, Remastered Let's Plays, wo wir ja gerade die übelsten Ressourcen aus der letzten Folge mitbekommen haben und ich jetzt erstmal gucke, dass ich das hier alles jetzt direkt wegballere, die ganzen Ressourcen. Wir ballern das logischerweise in die, die, die... In den Aufbau unserer Flotte, Bomber, ja ich brauchte Bomber, Aufbau unserer Flotte. Ich musste noch ganz kurz mit dem Überblick verschaffen, was ich hier jetzt alles noch baue. Und die Forschungen sind klar, wir haben alles geforscht, die Bomber sind vollständig, bei den Korvetten. Okay, es geht erstmal los. Ihr Intelligenz-Data indikert, dass VEGAR GARISONs in diesen Plänen geraten sind. Wenn diese GARISONs auf unsere Präsenz sind, werden sie Reinforzungen bringen. Destroye die GARISON-Fleet. Ist das ein Primärziel? Dann ist es ein Sekundärziel. Wir können doch einfach in die Mitte ballern, okay. Ähm, also. Bei den Korvetten. Ich muss mir einen Augenblick verschaffen, indem ich einmal hier... ...alle Korvetten auch mit reinnehme. So. Aktuell sind wir ohne Formation, das passt. Was für Korvetten fehlt? Das Korvetten sind die hier, die Heli und die Pulsar-Helis. Ähm. Also. Wir haben sieben Pulsar-Helis. Okay, es fehlen... Es fehlt ein normaler Heli. Das fehlt. So. Bei den Fregatten habe ich schon geguckt. Da fehlte eine. Und bei den restlichen Sachen hier... ...kann ich tatsächlich... ...das könnte ich mal noch bauen. Bessertes Forschungsmodul. Kann ich wahrscheinlich dann gleich noch mehr forschen. Ähm. Kann ich tatsächlich gar nicht mehr bauen. Also, was wir jetzt alles haben, wäre dann vollständig. Was? Ionengeschütz-Fregatten. Das fällt euch jetzt ein. Dass ich jetzt Ionengeschütz-Fregatten bauen kann. Wunderschön. Produktion unter dem Weg. Da bauen wir mal eine. Äh, die können wir auch direkt verbessern. Ähm. Weil. Wir werden jetzt die Flotte vollständig aufbauen. Gibt es hier was für euch? Was zu tun? Gibt es 18.000? Also, Ressourcen. Alter Verwalter. Warum sind denn hier so viele Ressourcen in diesem Spiel drin? Wir werden die Flotte einmal vollständig aufbauen. Und sobald wir die Flotte vollständig haben... ...wenden wir auch relativ zügig... ...in die Angriffsphase flutschen. Ähm. Ja. Und... ...ne? Direkt reinhämmern. Was mich jetzt am meisten interessiert ist... ...wenn wir die Forschungsstation auf 2 ausgebaut haben. Hier. Ähm. ...upgrade complete. Uhu. Alles klar, die suchen. Ähm. Können wir dann... ...bessere Forschungen... ...aufbauen? Es gibt sonst... ...keine weiteren Plattformen... ...die ich hier noch dran bauen könnte. Also Module. Anlage. Whatever. Außer das. Gut. ...die haben mich nicht entdeckt. Upgrade complete. Hier gibt es jetzt sonst erstmal nichts weiter. Ja. Lass die mal weiter fliegen. Ich mach mir hier jetzt Sorgen... ...dass ich... ...also ich hab kein Problem entdeckt zu werden. Ich bin ganz ehrlich... ...sollen sie mich halt wegballern, ne? Ähm. Bomber Squadron complete. Meine Sorge ist, wenn ich entdeckt werde... ...dass ich instant... ...so viel Gegenleistung... ...so hart auf die Fresse kriege, dass ich es nicht schaffe. Ähm. Und deswegen würde ich gerne noch, bevor ich mich entdecken lasse... ...wenstens die Flotte einmal vollständig haben. Dann dauert das verbesserte Forschungsmodul lange. Mothership Advanced Research Module complete. Okay. Es bringt keine weiteren Forschung. Wie ihr seht. Ich kann nichts weiter forschen. Bomber Squadron complete. Gut. Das heißt, die Flotte ist gleich vollständig. Bei den... ...bei den Fregatten... ...nicht doch... ...bei den Fregatten... ...da war mir schon klar, dass das wahrscheinlich nichts wird. Deswegen... ...ähm. Also mir ist schon klar, dass es irgendwann noch mehr gibt. Das ist wie bei den Schlachtschiffen. Bei den Schlachtschiffen... ...weiß ich auch jetzt schon ganz genau. Ähm. Es wird bald neue Schlachtschiffe geben... ...die ich bauen möchte. Und die werde ich auch vollständig bauen. Sobald die da sind. Das Einzige, was ich halt nicht baue, sind diese Dinger hier. Weil ich die halt nicht so geil finde. Damit ist... ...guck mal, das vollständig. Wie die, die Jäger und die Korvetten. Jetzt bauen wir gleich noch die Fregatten vollständig. Und danach würde ich sagen... ...probieren wir die Taktik... ...einfach alles hier in die Mitte rein. Da hin. Und schauen, was passiert. Wenn sie klappt, cool. Wenn nicht, auch egal. Und ich bin ja mal gespannt. So viele Ressourcen, wie das Spiel mir schon hinterher geballert hat, ne? Also es sind ja wirklich nicht gerade wenig. Frag ich mich... ...ob ich irgendwas falsch mache... ...oder ob der Spieleentwickler davon ausgeht, dass ich meine Trägerschiffe noch mit Plattformen weiter ausbaue. Also hier könnte man ja auch... ...ich kann ja mit dem Trägerschiff aktuell nur... ...Äh... ...Fregatten... ...bauen. Genau. Ähm... ...hab ich das verbesserte Forschungsmodul... ...im Trägerschiff gebaut? Nein. Ähm... ...und... ...ähm... ...ob die dafür aus, dass man das hier wirklich weiter ausbaut, dieses... ...Trägerschiff und damit versucht, Sachen zu regeln? Oder, oder, oder? Aber am Ende ist es mir eigentlich egal. Weil... ...wenn ich sage, ich... ...spiele nicht damit, dann mache ich es halt nicht. So, hier auf Aggressiv, das einmal speichern. Ähm... ...da hin. So. So. Und ihr fliegt jetzt... ...da hin. Ah ja. Die sind ja auch schon direkt auf... ...Dockingbefehl. So wären wir das lieber. Dass ihr eine Formation auch habt. Ich hoffe, die Formation klappt. Okay. Ja. Da müssen wir mal ganz kurz... Ich muss die sammeln lassen, weil ansonsten kommen die nämlich getrennt aufeinander zu. Und das wäre nicht so geil. Ähm... Ja, und ich vermute... ...dass ich... ...bei den Marinefregatten, dass sie mir die relativ zügig wegballern... ...dann werden. Okay. Und es geht los. So, ihr ballert einfach, ne? Ihr kennt das Spiel. Zeit bis entdeckt. Ach komm, wir lassen uns jetzt hier entdecken. Komm. Kommt ran, Jungs. Mir ist das doch Wayne. Und dann zeigt mir, was ihr könnt. Drei, drei, eins. Kommt nach vorne. Ja, gut. Dann bleiben wir mal nach hier. Nicht, dass gleich meine Basis hier wegballern. Da sind schon die ersten. Kommt schon auflösen und angreifen. Wenn wir es schaffen, dass wir jetzt schon alles hier wegballern, ne? Dann brauche ich mir gleich keine Sorgen um nichts zu machen. Deswegen ist das der Plan. Ich lasse jetzt absichtlich... ...drehe ich noch nicht ab. Laserkorvetten. Okay. Laserkorvetten habe ich jetzt auch noch nicht. Ich lasse das aber noch fertig machen. So, wie die machen, ist das noch fertig. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Ja. Der Anfang hält sich in Grenzen. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht mein Mutterschiff angreifen. Ansonsten hier mal halt, auf was ihr Bock habt. Ich glaube, hier kommt jetzt auch die Forschung mitzutragen. Weil sonst würde das nicht so gut aussehen. Das ist zwar nur eine Vermutung. Was mich aktuell stört, ist, dass sie sich so hart aufteilen. Wer hier auf was ballert. Was ist da? Dann mit euch. Ich nehme Hits hier. Wir haben Hits unter Attack. Drei Hits. Und aus dem das gleich weg ist, jetzt geht's hier weiter. Bei euch. Aber jetzt, jetzt kann ich hier zumindest sagen, ballert auf was ihr wollt. Jetzt, jetzt, jetzt sehe ich da hinten aber ein bisschen mehr, was mir nicht gefällt. Wir haben übrigens hier schon schwere Raketenfrigatten. Wir haben sowas nicht. Okay, ihr habt immer noch den Befehl auf alles? Ja, haben sie. Ihr seht schon wieder, meine Angriffsjäger und Bomber sind fast vollständig dezimiert. Dafür ist der Rest noch vollständig da. So, erst mal. Der ist hier geregelt. Nein, das ist schon. Die kümmern sich halt hier drum. Und der Schaden da drauf hält sich aktuell ziemlich in Grenzen. Die ballern hier schön gemütlich meine Fregatten weg. Ähm. Ja. Wie viele Fregatten habe ich zu nehmen? Flak-Fregatten sind fast vollständig weg. Torpedofregatten habe ich noch genug, oder was? Wo sind meine Torpedofregatten? Ja, die Torpedofregatten lassen sie in Ruhe. Ähm. Nee, mehr als... Das brauche ich nicht haben. So. Ich will ja nichts sagen, aber... Uh. Es hat... gut reingedrückt. Also, wir haben ordentlich Verluste hingelegt. Ich mache mir keine Sorge bei dem Verlust. Das sind nur ordentlich Verluste. Ähm. Jetzt muss ich gleich kurz rechnen. Wir haben... Das sind auch noch weitere Ziele. Acht Torpedofregatten haben wir. Achte plus vier sind... 14. 21 können wir haben. Und 21 bis... Ähm... Und 14 bis 21. Ich mach hier ein Stückchen... Niemals... Rückziehen. Das wäre so geil. Und 14 bis 21 sind sieben. Sieben. Das heißt, von jeden drei. 2. Ah ja, klar. Ja. Mir schon bewusst. Muss aber mich hier mal... Zieht euch mal ein Stückchen zurück. Wir sind viel zu weit vorne zu... Das macht so keinen Sinn. Das habe ich die Ionenschützfreakten... so weit zurück gehabt. Das raus. Darf noch nicht gesagt drei. Darf noch nicht gesagt drei. So. Nachdem wir das haben... Ist das vollständig weggeballert worden. Das heißt, jeweils wieder sieben davon. So. Und ihr zerstört jetzt das beides. Weil es verfolgt uns noch. Und wenn das weg ist... Dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Basis... Und bauen uns vollständig auf. So. Und jetzt... Mann, Mann, Mann. So. Äh... Rohrstoffsammler, ihr habt noch... Ja, die haben noch... Das drehen wir gleich ab. Okay. Das sieht soweit in Ordnung aus. Weil... Da habe ich ja gesagt... Kommen sechs, ne? Ja, genau. Und sieben können wir maximal haben. Genau. Sieben können wir haben. Sechse kommt. Das passt. Die Bomber fallen vollständig auf. Das sieht alles soweit sehr, sehr gut aus. So die Gruppe da. Wir kriegen das hin. Die Flotte ist gleich vollständig aufgebaut. Ähm... Ergo... Da mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Also gleich wieder vollständig aufgebaut. Ressourcen habe ich auch genug. Es ist wirklich nur... Momentan dieses Warten auf Ressourcen. Und dass ich jetzt hier keine dummen Angriffe starte. Deswegen habe ich mich auch gerade zurückgezogen. Damit ich jetzt nicht dort hinten bei den, ähm... Dingens mich da auf einmal... Dann... Ja, ich sag mal... Auf den... Auf den Hosenboden setzen, ne? Ihr wisst schon. Ja. Wir sind eigentlich immer noch auf dem Weg zurück. Auch wenn das Spiel es so 0 zulässt. Also euch ganz gerne schon mal zur 1 hinzufügen. Ich auch. So. Und hier... Dreht der ab? Ne, das dreht noch nicht ab. Gehen da mal wegballern. Was willst du hier an Verluste hinlegen? Leg mal an Verluste hin. Ich würde jetzt nur ganz gerne... Alles, was jetzt mir hier entgegenkommt, schon mal wegballern. Auch diese Rohstoff-Sammler... Die sind gerne mit weg. Wenn ich es hinbekomme. Mal gucken, ob die Rohstoff-Sammler noch rechtzeitig sind. Wenn ich weggeballert werde. Glaube ich nicht. Ja, auch dies nicht, dass direkt Raketen so weit fliegen. Die Mobilraffenerie, die kriegt Fokus mal kurz. Ihr habt gesagt, ihr habt nichts mehr. Ihr würdet jetzt wohin fliegen? Dorthin. Da fliegt auch er hin. Das verteidige ich eh. Also, go go. Geht hier da drauf. Und auf Abschluss. Es hört halt einfach nicht auf. Den Infiltrator fliegt. Also, wie die Torpedo-Dingereien ausgehämmert haben. So. Mal dort. Mich interessiert noch, wie viel ist hier zum Abbauen. Aber das sehe ich noch nicht. Bis 10.000. Ja, und es sind auf jeden Fall auch schon Leute drin zum Abbauen. Grupp 1, standing by. Strait Group moving into position. Grupp 1, under attack. Euch. Moving to interception. Weg haben. Uhu. Okay. Ne, es sind nur Rohstoff. Es sind alles nur Rohstoff-Sammler. War da die ganzen Rohstoff-Ernter da hinten weg? Go, go. Grupp 9, report enemy contact. Wenn das schon mal weg ist, dann habe ich richtig was gekonnt. Da ist mir auch gerade mal egal, dass ich hier oben noch von diesen drei Dingern angegriffen werde. Oder? Ja, mach's doch mal so. Das klingt gut. So, wir machen das noch fix fertig hier. Dann sind nämlich die ganzen Rohstoff-Sammler hier weg. Unsere Flotte ist am Aufbauen. Die ist auch relativ weit vollzählig. Bis auf Kanonenfutter. Sehr schön. Das wollte ich sehen. Und damit gehen wir mit den letzten... Ja, ich werde jetzt hier unendlich lange weiterfighten können. Das sage ich euch jetzt schon. Ähm. Mit dem letzten bisschen, was hier noch ist. Die ziehen sich jetzt auch schon zurück, wenn ich das richtig sehe. Oder? Sieht zumindest stark danach aus. Wir gehen erstmal in die nächste Folge. Wir sind mitten im Fight. Wir haben nichts Großes zerstört. Es werden also keine Ressourcen verloren gehen. Ähm. Und dann schauen wir mal, wo es uns hier nächste Folge hintreibt. Ähm. Und ob wir es schaffen werden, uns vollständig aufzubauen, bevor wir nochmal angreifen. Oder nicht. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal so weit fürs Zuschauen. Lass doch einen Daumen nach oben natürlich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiß. Dann kommen wir zum Schluss. Tschöne. Tschöne. Tschöne.